wieder zurück dann muss ein bisschen sortieren noch mal das holz brauchen wir sowieso kann man es eigentlich da gleich mitnehmen was haben wir denn da jetzt nur fünf dinge sind 41 und 41 kann man schon wieder was machen und hier soll man sich ja wie zu hause fühlen deswegen sieht es hier auch so aus es wird zweistöckig werden es wird einen dachboden geben den dachboden wird man aber nicht das wird wirklich nur auch ein abstellraum werden darum habe ich mir für das hier was anders überlegt nämlich wir verkleinern das ganze hier schon wieder vergessen so jetzt muss ich nämlich schauen 1 2 3 gut so wird das auch schon und dann werden wir dort das hingeben das wird unsere garage nämlich wir werden hier wahrscheinlich dann auch halt einen steinboden rein machen aber gut das halt dann wenn es soweit ist und dannieux jetzt ich Das war's noch. ... 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 So und dann haben wir noch 64 und Dann machen wir es so hier Da muss man auch dann irgendwo mal neue Setzlinge holen Gut das war es jetzt einmal von diesen So und da wollte ich auch noch halt machen Genau Okay also mal lieben So Sehr fein So 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 Sehr schön auf jeden Fall, was wir hier bis jetzt machen. So, wir sehen uns beim nächsten Mal. So, dann macht man den här fracke. So. So, dann macht man den härteren Schiff und den härteren Schiff und den härteren Schiff und den härteren Schiff. Ich habe eigentlich gehofft, dass wir auch auf Kohle stoßen, dass wir nicht so viel Holz opfern müssen für die Holzkohle dann jetzt, aber werden wir wollen müssen. So, dann macht man den härten Schiff und den härten Schiff und den härten Schiff. Super, hab gut, wieder zwei Etaschen tiefer. Super, hab gut, wieder zwei Etaschen tiefer. Super, hab gut, wieder zwei Etaschen tiefer. Ja. Super. 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 Super.